Willkommen, da sind wir und es startet direkt die Runde. China! China, wo bist du? Ich bin schon hier. Ach da. Ich habe einen Texture-Pack drin. Wie sieht der aus? Voll hässlich. Ich war schon mal in die Mitte. Warte, ich komme auch direkt Mitte. Dann gibst du mir dann Löffel. Warte. Wo gibt es Gold? Gold gibt es hier auch direkt beim Dings hier, wo es Bronze gibt. Dann bleibe ich erst mal hier. Ich spare dann halt auf Gold und spare für uns beide einen Bogen und alles. Nur? Ich hole dir trotzdem einen Bogen. Als erstes? Okay. Äh, ja. Endlich bin ich mal mit Charlotte TV in der Bettos-Runde und ich habe ein Gold schon. Gut. Ich? Ja, ich komme. Warte. Ja, ich bin auf dieser Spendesee. Ich renne kurz. Was? Ja, okay. Ich habe den Bronzen gegeben. Ich habe schon Bronze. Ich kaufe mir gerade die Rüstung. So. So, und jetzt hole ich die Blöcke, ne? Warte, wo bist du? Warte, wo bist du? Okay. Wo bringst du mir Gold mit? Alter. Wie viel Gold hast du? Wie viel Gold hast du? Oh nein. Ja, ich warte gerade auf Gold. Ich habe gerade mal ein Gold. Und hier sind die ganze Zeit Spendements. Hast du ein Eisen für mich? Drei Eisen habe ich sogar. Hier. Hinter dir. Hinter dir. Ich brauche verdammtes Gold. Nein, ich brauche Gold. Die sollen da alle mal rauskommen. Wo bist du bei der Spende? Ja, ich brauche Gold. Lass mich mal dahin. Ich will Gold. Lass mich für Gold sammeln. Ich habe jetzt eins. Cool, warte. Erstmal brauche ich Gold. Ich brauche verkacktes Gold. Zwei Gold, endlich. Gold, 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 Gold. Warte, Gold. Boah, die sind alle so nervig. Ja. Ich komme. Ich habe gerade erst mal zwei Gold. Ich habe jetzt mal zwei Gold. Ich hole mir was zu Phrase. Dann mache ich mir ein Brustpanzer. Und das war es. Wo bist du? Ach, da. Ja, okay. Geh du Mitte. Ich mache mir schnell eins. Kommt, Rot. Wirklich? Was? Wo? Nein, da ist noch einer. Kommt, wir beide gehen auf ihn. Nein. Ja, ach nee. Ich habe mein Gold noch weggeschmissen. Nur. Okay. Ich habe direkt ein Gold. Okay, jetzt warte ich erst mal. Ich bleibe. Kannst du mich so lange beschützen? Solange ich bis ich so viel Gold habe, dass ich brauche. Ja, ich habe einen. Oha. Es gibt hier noch einen hinteren Raum. Aber das ist okay. Hast du ein Gold? Boah, ich wache jetzt durch. Oh nein, ich bin tot. Ja, steht ja auch gerade im Chat. Ich habe richtig viele Kugel. Hi, Schorle. Ja, 50. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. So, jetzt erst mal wieder eine Rüstung machen. Dann wieder auf Gold sparen. Hier vorne, als ich ohne dich gespielt habe, ne? Grün. Och nee, die gehen mir alle so auf die Senkel. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein, der hat einen Rückstoßstab. Schnell, geh drauf, geh drauf, geh drauf. Er ist unten, er ist unten. Ich habe ihn runtergekickt. Yeah. Yeah, ich habe ihn gekickt. Mit der Hand, Junge. Und der mit seinem verkackten Eisenschwert, der regt sich bestimmt gerade total auf. Hätte ich aber auch gemacht. Alter, die hat schon einen Bogen. Ich schreibe mal vier Gold. Wann, Schett. Vier. Gold. Na, ja, drei. Dann gibt's noch drei. Ach so, unser kommt, ein Gegner. Wer den ab? Obwohl, wir haben hier einen mit dem Bogen. Gold, komm schon. Wo ist Gold? Lass mich bitte da hin, Olli. Ja, ja. Ey, schau da. Ja. Könnt ihr schon den Bogen holen? Was? Ich habe gerade mal ein Gold. Ja, warum? Ja, weil ich sonst hier nie hinkomme. Ich brauche Gold. Wenn du Gold bekommst, gibst du mir was. Was? Sechs. Ach, komm schon. Gib mir doch nur was Gold. Gold, ich kann dir Bronze geben. Hier kriegst du Bronze. Bist du ganz oben? Okay, ich brauche noch vier Gold. Äh, noch drei. Damit ich mir einen Bogen abmachen kann. Hast du Gold? Ja, sechs habe ich. Nein, ich möchte mir auch ein Schwert machen. Nee, ich mache uns beide ein Dreierschwert, ja? So. Wo bist du? Wo bist du? Ach, da, hier. Boah, die sind so Mongos. Mango, Mango. So, endlich ist es frei. Endlich ist es frei. Ich will ein verdammtes Gold. Nur ein Gold. Eins. Und ein Eisen. Kriege ich das Eisen? Ja, warte. Kuh. Nein, mein Schwert. Hier, zwei Eisen. Ja, mach's. Das liegt da vorne, ne? Ach, nee, ne? Ach, nee, ne? Jetzt hat es jemand schon eingesammelt. Ich hab zwei Gold. Ja, Eisen, Eisen, Eisen. Ich hab kein Eisen mehr. So, ähm. Ja. Oh, ich muss nur zwei Minuten. So, la, 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 la. La, 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 la. Hallo. Ich hab zwei Gold, zwei Gold, zwei Gold. Ich hab auch ein Eisen. Nee, Bronze hab ich genug. 64 und 17. Ne, äh, 20, 21, 22, 23. Oh nein, warum geh ich mal unter? Mann, Mann, Mann. So, verdammtes Gold. Hast du Gold? Ah, ich hab drei Gold. Jetzt noch ein Gold. Komm schon, noch ein Gold. Dann kann ich mir einen Bogen holen. Och, Mann, die kicken mich immer weg. Ja, dann geh mal weg. Ich brauche noch ein Gold. Ich brauche, hallo, nee, ich bin mit in dieser Kuhle, ne? Ich brauche noch ein Gold. Ich hab vier Gold. So. Jetzt kann ich mir einen Bogen holen. Oder soll ich auf das Schwert? Ich brauche das Schwert nur noch. Oder soll ich das alleine behalten? Nee, dann mach ich mir lieber den Bogen. Mit dem Bogen kann ich nämlich jetzt gut rumgehen. Jetzt soll ich früher. Ja, ich hab drei Eisen. Vier Rosenzonen. So, jetzt hab ich fünf Eisen. Jetzt mach ich mir erst mal einen Brosi. Ich hab' ein Gold. Ein Gold? Gib mir das, ich mach dir deinen Brosi. Ja. Äh, er hat gesagt, ein Eisenschwert. Ich baue dann für dich auf ein Eisenschwert, ja? Ja. Ja, ich brauche noch zwei Eisen. Ich kann mich nicht mehr setzen. Ich hab' zwei Eisen. Ja, komm. Ja, komm. Wo bist du? Ja, ich bin hier. Okay, okay. Tschüss, tschüss. Hier Eisen, da ist es. Wo ist es da? Hier, hier, hier. Mann! Ja, du kriegst das Eisenschwert dann. Okay. Wenn die endlich mal hinbekommen. Ach, nö. Es gibt natürlich nichts in der Trosi. Aber was ich mal machen könnte, ist, mir die Bronze zu nehmen. Warte mal, warte mal, warte mal, Base. Warte, bleib mal ganz kurz in der Base. Ich bin noch in der Base. Ja, ich hab'n Bogen. Warte, äh, das war's. So, ich hol' dir jetzt nämlich was, was du auch bekommst. Jeder bekommt davon eins, ja? Warte, komm, bleib in der Base. Ich bin noch in der Base. Wo bist du? Base. Ja, wo in der Base? Ja, warte. Ich bin in der Base, ich bin in der Base. Ach, da. Hier, cool. Hier. Danke, danke, danke. Bitte. Ja. So, ich bin da. Komm schon, ich bin noch ein paar Gold, Gold. Hey, ich hab'n Schaf, du hättest, das läuft jetzt in die Mitte. Geil. Ja, jetzt genau, ist es guter, du kommst. Warte, ich mach dir noch ein Schaf. Ich mach dir noch ein Schaf, ich hab'n zwei Gold. Ich hab'n Eisenschwert. Du hast schon ein Eisenschwert? Äh, nee, nee, nee. Äh. Hm. Gut. Du hast du so Gold, oder? Ja, Eisen. Wie viel Eisen hast du in dieser Brustgussarcah gewählt? Äh, den zweitschlechtesten. Ich hab'n zwei Eisen. Ich hab'n Gold. Äh, gib, 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 gib. ich bin ja wo bist du jetzt kommt raus ich bin hier die ballern uns ab, warte ich hab noch ein eisen für dich gib mal gold gib das gold, dann hab ich schon 4 gold jetzt gib einfach das gold ich hab hier aber 2 gold hast du ach ne ne warte warte ich hab noch ein schaf für dich das muss ich dir ja noch geben hier ich hab nämlich 2 schafe und 8 blöcke ne ich hab gold ich hab gold ich hab gold ich komm mehrere holen ich hab jetzt 2 warte mal so 3 hab ich jetzt jetzt hab ich 4 und jetzt hab ich 5 TNT Schafe letzte runde hatte ich 1 stack TNT Schafe ich hab mich immer noch nicht gewehrt oh ich hab's gegessen ich hab noch alle Teams gesetzt noch alle Teams ok zack so so jetzt hab ich erstmal so Steak das Steak hat gut getan das hat so geil geschmeckt lecker Steak ich hab ich hab die erste Mitte oh ich hab ein Gold und noch Eisen so boah geil geil wir sind gerade so am ruck gut ich hab Eisenspitzhacker Grün greift wen an, und? Hast du den besten Brustpanzer? Hat jemand hier keinen... Alleine? Ich hab jemandem den besten Brustpanzer geschenkt. Ah, cool. Ja, ich hab hier Gold. Okay, dann will ich den anderen Kölner. Guck mal, aber nicht Gold, ne? So, und das Drei-Eisen noch da rein. Und ich brauch mal ein Kaktes-Gold. Was denn? Von mir oder wem? Ich brauch nur noch Gold. Mit vier. Hol, hol Gold und gib mir das, weil ich brauch. Ich hab grad mal ein Gold. Wirklich? Oh cool. Zwei Gold hab ich jetzt. Schon wieder? Wo ist mein Schwert? Hier. Hä? Alter, irgendwas ist mit meinem Inventar gerade passiert. Komm schon, noch ein bisschen Gold. Dann geh mal weg. Ich brauch noch zwei Gold. Häh? Warum sink ich die ganze Zeit runter? Ladehins noch auf? Ja. Oh ja, ich muss mal... Ja, mal Schluss machen. Ich weiß nicht, Komm schon.